zu einem neuen unboxing und zwar von der box die ich immer nur bestellt hatte und nicht mehr wusste dass ich sie bestellt hatte aber cool wir machen sie trotzdem mal auf hier ein großer karton ich mache den ganz fix mal auf einmal so mit gewalt zwei mit gewalt gewalt keine lösung aber eine option und eine box in einem sehr komischen format ich weiß nicht wo ich die hinstellen kann aber schaut euch das mal ums aller sich hier quer halten kann man sie so sehr währung baby facebook muss sagen die ersten lieder von ihm vor allem am besten also das heißt jetzt mehr dass überall ganz mir gefallen schnelles geld war ein neues song kuniat connection auch und ohne sinn gefällt mir auch also die lieder sind bisher meine favoriten und ja jetzt mache ich mal die box hier weiter auf wir schauen dass wir jetzt nicht die schönen girlies hier auf der vorderseite hier treffen also dass wir die nicht zerschneiden danach wird es mal auf dann fällt uns nichts entgegen aber das geil ist okay wir fangen entspannt an mit der cd vorsichtig aufbauen 0 l mero so sieht es aus producer hat hat ja bis der exklusive exklusive producer wirklich ist aber okay ist auch der die klickkäufe engagiert hat nein spaß ich weiß nicht wie das da ist aber wie auch immer mir gefallen hier von der mero eigentlich ganz gut besser als die von mero oder von ferro und deswegen dachte ich mir damals wahrscheinlich ja ich möchte mir die die holen oder wenn die box ich kann mich tatsächlich nicht erinnern dass ich die bestellt habe aber ja so sieht es aus hier die cd drin drin war ein paar bildchen und ja 13 lieder baby face glow ein ggl baby nokia ohne sinn chai oder kai telefon ein fahrer anders bunt ist okay diese liebe mein ghetto also tatsächlich sind die ganz älteren die da gar nicht drauf was ich sehr schade finde aber naja so dann haben wir hier was flauschiges beziehungsweise was zum anziehen das sieht aus wie eine ein hoodie ok hinten steht drauf crew attacks tracks an der seite steht mehr oder damit 0 stehen wahrscheinlich nicht nur mehr und ok hier steht mehr oder seite hier sind face und ja ich zieh es gleich mal an so ich bin weg ich habe das jetzt ganze an so hier habe ich quenia stehen hier mero ok nicht nicht vorhandene muskeln hinten drauf habe ich nicht was ich sagen muss ist tatsächlich die beste quali ist also nicht die dickse aber mir also also ich glaube wenn man breit gebaut ist dann passt man hier nie rein ich bin jetzt sehr sehr schmal und habe hier auch noch kaum puffer also ok für sehr schmale leute ist das gedacht finde ich aber super passt mir hier mit dem baby face vorne drauf doch ganz nice eigentlich mit taschen vorne was wichtig ist für mich kapuze diese dinger zum zuziehen und ja doch bisher ganz gut ein bisschen kratzig drinnen aber das liegt an diesem schild das hier noch drin ist also ein breitschild drin das zieh mir mal ab dann ist es nicht mehr kratzig ok seht ihr das hier drin ist ein breitschild oder irgendwas der art wo ist jetzt hin ja ich habe mich später drum kümmern nein hier ist es hier ist ein breitschild oder sowas drinnen und das kratzt extremst ok ich weiß nicht warum das da drin ist aber naja wo ist es gemeldet das kann ich jetzt auch nicht schauen sehe ich das sieht man so eine kamera wie sehen halte ich glaube nicht ich werde es dann hier reinschreiben aus welchem land das ist und ja das war erster boxinhalt aber 47 euro oder sonst gekostet dafür ist der hoodie in einer okayen qualität natürlich jetzt nicht so ein ganz geiler hoodie aber recht dünn und vielleicht körper dafür gut betont mir gefällt er bisher so weiter geht's und jetzt nicht erschrecken denn ich habe hier was lustiges war eine waffe wie geil ist aber es ist eine waffe drin ist ich weiß tatsächlich nicht wie man hier schießt und es quietscht irgendwie so ja also hier kann man wahrscheinlich wasser reinfüllen denke ich mal hier und dann weiß ich trotzdem nicht wie man hier schießt ok wahrscheinlich macht man hier so oder so ich weiß es nicht hier gibt es eine rollo eine seite ok ja an sich eine leiste sache dass man so eine plastik pistole drin ist so ja ist ja quasi ein bisschen länger und ja nicht schlecht muss ich mal ausprobieren aber ich kann es hier in meinem zimmer nicht mit wasser umspritzen deswegen es hat sich dumm angehört aber nein ich kann es ja mal ausprobieren irgendwann mal oder dann sage ich euch dann bescheid wie es ist mit dem einen wasserkampf auch zu tragen so dann haben wir hier etwas was klebt hier was ist ein bisschen bitter hier ist so ein poster oder so ein schneiderpreter was sind das ich weiß es nicht was das ist auf jeden fall ein tolles bild hier da klebt etwas dran es müsste ein tattoo sein das kann man sich irgendwo drauf machen also auf die stirn vielleicht wenn ich meine harte werte verliert dann hau ich es mir auf die stirn auf jeden fall das ist ein tattoo klebt das ja das warte nein das ist kein tattoo nein das ist ein ding bild oder ich glaube das ist so ein unsicht also ein fensterbild oder irgendwie sowas ich bin mir gerade gar nicht sicher ok wie auch immer dann haben wir hier noch was drin das ist ein aufkleber so scheint so dass es ein aufkleber ist jetzt aufkleber ja dann noch aufkleber ja so ein aufkleber dann die tour inu live mit sehr mehr als special guest und inu möchte ich nicht sehen berlin seid ihr gut drauf sind die münchen 25 11 also ich würde jetzt sehr oder mehr so ein alleine gehen eigentlich weil er nur taugt mit es nicht so wirklich aber auch schon vor der ganzen hyperwats geschichte fand ich den nie so toll so dann haben wir ein poster doppelseitiges nein kein doppelseitiges einmal hier und einmal hier ein hochkant und ein seitkant ein seitwärts auch immer und ja ganz okay die box ich weiß nicht was das hier sein soll das kann man sich aufhängen aber was ist das ich weiß nicht jetzt rückseitig muss drauf und inhalt unten steht nur baby face blau findet sei das komplett weiß dann verstaunen ist man wieder so alles wieder rein cd kann ich mir gleich und dann sage ich euch dann wie ich es finde weil ja ich habe noch keine ahnung ich habe die weg wieder gehört bisher und ja ich bin gespannt ja die box scheint eigentlich erst übermorgen ich weiß nicht ich habe es ein bisschen früher gekriegt aber das macht jetzt auch nichts ich werde mir die lieder anhören und euch dann sagen mit demnächst mal wie ich finde oder schreibt sie in die kommentare kommentar wie findest du die einzelnen lieder oder so dann werde ich wenn ich sie gehört habe darauf antworten ich glaube das ist eine gute idee so dann nehme ich diese mal hier und stecke sie hier in die packung rein und stehen dass ich an ich glaube mit dem gehe ich sogar heute klug der ist ziemlich angenehm zu tragen und dann haben wir hier nichts mehr für 40 euro ist tatsächlich ein bisschen wenig ich schaue jetzt nochmal genau nach wie viel es gekostet hat 50 euro also ok dafür finde ich tatsächlich ein bisschen wenig ich glaube das teil ist nicht mehr als ein 5er wert der hoodie vielleicht nicht mehr als ein 10er oder 15 oder 20 euro trotzdem erst die hälfte also ich hätte ein bisschen teuer tatsächlich die idee ist die idee ist nice das ist aber sehr billiges plastik ja ich werde erzählen wie die cd ist wenn die cd geil ist dann hat es gelohnt den hoodie finde ich ganz chillig und ich würde sagen das war es von dem video ich hoffe euch hat es gefallen wenn ihr die box habt oder was ihr zur box sagt könnt ihr mir gerne in die kommentare schreiben ich sage gedankst anschauen ciao 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 ciao